Musik 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 Wir möchten nicht, dass die verbrechenden Nationalsozialisten in Vergessenheit geraten. Wir beteiligen uns deswegen an der jährlich stattfindenden Gedenkfeier für die beiden ermordeten polnischen Zwangsarbeiter. Banasz und Zeklewski. Dieser Gedenkort in den Bockhauter Bergen wurde 2001 von den Gimter Messdiener errichtet. Wir wünschen uns, dass dieser Ort auch die Namen enthält der beiden ermordeten Zwangsarbeiter und appellieren an die Verantwortung der Grevener Verwaltung, dieses auch möglich zu machen. Die Verwaltung trägt an der Ermordung dieser beiden Zwangsarbeiter eine durchaus entscheidende Rolle. 1942 wurde vom Amt Gräfen der Galgen gebaut und auf Gräbener Gebiet wurde die Inrichtung in Anwesenheit hoher Verwaltungsbeamter durchgeführt. Deswegen halten wir es für sinnvoll, dass die Stadt Gräfen ein Zeichen setzt und an diesem Ort auch eine Stähle errichtet, die die beiden Namen der Morde enthält. Musik 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 Amen.